Wir zaubern ein weihnachtliches Tablett mit Dekopagepapier und Blattmetall. Dafür Dekopagekleber aufstreichen und das Dekopagepapier möglichst falten und blasenfrei aufkleben. Anschließend nochmal mit dem Dekopagellack drüber gehen. Dann gilt es, das Papier mit Kreidefarben möglichst schön einzubetten. Nur Mut, das geht leichter als du denkst. Dann schabloniere ich mit Anlegemilch und trage anschließend das Blattmetall in der Farbe Gold auf. Mit einem weichen Pinsel abwedeln, alles mit transparentem Wachs schützen, den Tablettrand mit Goldwachs highlighten und fertig ist unser Kunstwerk. Alle verwendeten Materialien findest du im shop.schwegerlwirtschaft.com Oder du kommst zum Workshop. Servus!